Neue Massenproduktion präsentiert. Regieanweisung präzise. Läuft. Kamera ab. Und Action. Die Zeitpredenten bitte. Ganz gemütlich. Dann rennen die Kids. Eins und noch drei hinterher. Und jetzt zügig Carsten mit dem Rollstuhl. Sehr gut. Jetzt Rudi mit dem Koffer bitte. Bleib stehen. Dreh dich. Schau hinter dich als würdest du auf jemanden warten. Daniel. Jetzt nah durchs Bild rennen. Okay. Jetzt kommt Rudi. Geht beide weiter. Die Blumen immer vor und zurück schwingen. Jetzt Heidi. Ganz langsam. Schau in die Sonne und bleib stehen. Die anderen los und an dir vorbei. Heidi. Dreh dich um und warte. Heinold. Lauf los. Wenn ihr auf einer Höhe seid, lauft gemeinsam weiter. Bahnfahrer fertig. Jetzt die drei Senioren. Und jetzt dann bitte die Bahn. Jetzt los, sagt Petra. Und die Kamera schenkt langsam mit ihr nach rechts, bis die Fahrt mit Claudia zu sehen ist. Jetzt los, sagt Petra. Und die Kamera schenkt langsam mit ihr nach rechts, bis die Fahrt mit Claudia zu sehen ist. Beide Bahnfahrer bereit? Ist Marianne wieder auf Position? Mit Tüte? Dann jetzt bitte. Sehr gut. Kurz nachdem die Bahn angefangen ist, fährt die nächste ein. Die Familie läuft hinterher. Claudia verlappt jetzt langsam nach Sild. Rudi und Trude, ihr seid wieder dran. Ohne Koffer und Blumen. Rudi, bleib stehen und schau in die Sonne. Trude, du auch. Ich hab nichts von zurückschauen gesagt, du blöde Kuh. Wer läuft denn jetzt unaufgefordert durchs Bild? Oh Mann, Tode. Nicht in die Kamera schauen. Das Pärchen. Wo kommt das denn jetzt her? Gernot, du bist noch nicht dran. Ach, bleib halt einfach stehen jetzt. Marianne, bitte. Seht nicht so ratlos aus, Leute. Wir drehen noch. Trude, du bist nicht mehr im Frame. Egal, bleib so. Alex, schwenk einfach irgendwie nach links. Ich kann das Elend nicht mehr sehen. Gernot, auch raus, bitte. Alles Idioten. Das darf doch nicht wahr sein. Rudi, Trude, ihr seid gefeuert. Stopp. Alex? Ja? Film weiter, für Outtakes. Mal sehen, was diese Volltrudel so machen. Schön draufhalten. Sobald sie aus dem Bild sind, fangen wir offiziell wieder an zu drehen. Okay. Sobald sie aus dem Bild sind, fangen wir offiziell wieder an zu drehen. Vielen Dank. Konzentration. Es geht weiter. Bahnfahrer bereit? Dorothea von rechts. Lauf bitte genauso schnell wie der Typ mit der weißen Jagd auf der anderen Straßenseite. Den Radfahrer losschicken. Die Bahn fällt in den nächsten Sekunden ein. Jetzt Marianne mit dem Krückstock. Wunderbar. Busfahrer bereit? Der Bus bitte. Und ran Sie. Und jetzt, wie wir es hundertmal geprobt haben, fangen Sie hinterher. Radfahrer nah. Hervorragend. Schwenk nach rechts. Und die ausgestiegenen kommen. Andy, renn noch zum Bus. Fantastisch. Busfahrer, fahren Sie jetzt los. Beeilung, Susanne, überquere die Straße. Heiz und Erna, ihr seid spitze. Unterhaltet euch weiter. Der Typ da, raus aus dem Bild. Jetzt, Ilka. Langsame Dilettante. Lasst bitte die Taube fliegen. Danke, gestorben. Nach einer fabelhaften Idee von John Smith Kamera, Ton und das bisschen Schnitt Alexandra Rotert Produktion Alexandra Rotert und Sascha Dornhoeffer Buch und Regie Sascha Dornhoeffer